Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net Spezial. Ja, wie geht es beim Wetter vor allen Dingen regentechnisch in den kommenden 5 bis 10 Tagen weiter? Das ist ja die Mittelfrist, die erweiterte Mittelfrist. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, denn hier und da war ja schon von Hochwasser sogar die Rede. Naja, es könnte aber auch eher gar nicht so viel Regen geben. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und vergleichen mal verschiedene Modellläufe. Fangen wir an mit gestern Abend, dem 12 UTC-Lauf. Dieser 12 Uhr UTC-Lauf entspricht ungefähr einer Startzeit von 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Der wurde gestern Abend berechnet für die nächsten Tage und zwar die Regensummen bis zum 8. Juli habe ich hier mal dargestellt. Und wir sehen sind flutartige Niederschläge von Sachsen. Bis an den Alpenrand hätte man nach diesem Lauf erwarten können 100 bis 250 Liter Regen pro Quadratmeter. Das wäre ganz schön üppig gewesen und tatsächlich, vielleicht hätte das hier im Südosten Bayern sogar für Hochwasser gereicht. Doch nur sechs Stunden später, der 18 UTC-Lauf, da sieht es schon völlig anders aus. Die Niederschläge hier in Sachsen von wegen 100 nur noch knapp bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter. Und am Alpenrand, da wurden aus den 250 Liter Regen gerade mal noch 140 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch noch recht viel, aber schon deutlich weniger als noch sechs Stunden zuvor. Und jetzt gehen wir nochmal sechs Stunden später auf heute Morgen der Null-Uhr-Weltzeitlauf und wir sehen, der Regen ist nochmal zusammengestutzt worden. Hier am Alpenrand nur noch 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Und ihr werdet es euch schon denken können, nochmal sechs Stunden später, heute Vormittag, der 6 UTC-Lauf. Hier mal ein bisschen besser aufgelöst dargestellt, dass man die Zahlen besser erkennen kann. Und man sieht, die 100 Liter wurden nochmal reduziert auf 80 Liter Regen pro Quadratmeter. Und insgesamt wurden aus den 100 Liter Regen hier im südöstlichen Bayern und in Sachsen gerade mal noch 20 Liter Regen pro Quadratmeter. Man sieht also, in den Modellberechnungen ist momentan sehr viel Bewegung drin. Man darf keinesfalls nur ein Modelllauf herannehmen und dann irgendwie direkt Hochwasser oder sowas ausrufen. Das macht hier überhaupt keinen Sinn. Wir sehen, die Regenmengen wurden schon wieder deutlich reduziert. Aber immerhin, es kommt was vom Himmel, wenn es denn fällt. Auch hier im Westen und Nordwesten teilweise 30 bis 40 Liter Regen bis zum 8. Juli. Das ist in der nächsten Woche. Ja, und mal der Blick hier auf die Ensemble-Prognose. Und wir sehen, da steht uns weiterhin in der ersten gesamten Juli-Hälfte so typisch deutsches Sommerwetter ins Haus. Die Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die steigen zunächst nochmal an. Ein bisschen über das langjährige Klimamittel der vergangenen 30 Jahre. Pendeln dann aber meist um das Klimamittel herum. Und auch bei den Niederschlägen, da gibt es mal Signale, mal keine Signale, mal wieder Signale. Also ab und zu Regen, mal warme Phasen, mal kühlere Phasen. Ja, und auch im Westen Deutschland sieht es ähnlich aus. Zunächst dieser Wärmepik, dann wieder ein Temperaturrückgang. Richtung Wochenende wieder ein bisschen höher. Vielleicht Temperaturen hier mal um die 30 Grad. Danach wieder kühler. Und auch hier geht dieses Auf und Ab im Sommer einfach weiter. Aber wir sehen auch, da gibt es eine große Streuung, eine große Unsicherheit. Ja, und beim Regen zunächst sehr trocken, dann ein paar Niederschläge, dann wieder eine trockene Phase, dann wieder Niederschläge. Dieses Auf und Ab geht also auch im Westen weiter. Und auch der Süden Deutschlands sieht relativ ähnlich aus. Hier haben wir nur ein paar mehr Niederschlagssignale. Wie gesagt, hier können halt am Alpenrand nach aktuellem Stand 80 bis 100 Liter Regen fallen. Die sieht man hier sehr schön aufsummiert. Also immer wieder Niederschlagssignale, teilweise eben Durchstauerregen. Aber bei den Temperaturen sehen wir auch, die bleiben in 1500 Metern Höhe immer ums Klimamittel herum. Also kein Wintereinbruch in den Alpen. Es bleibt eigentlich für die Jahreszeit relativ normal temperiert. Ja, und auch der Norm Deutschland sieht es ähnlich. Es bleibt ganz normal temperiert. Typisch deutscher Sommer. Zunächst ein bisschen zu warm zur Wochenmitte. Da kommt auch hier so ein bisschen die Wärme an. Dann geht es wieder nach unten. Und danach, da pendelt das Ganze so um das langjährige Klimamittel herum. Und die Niederschlagssignale, ja, mal sind sie ein bisschen da, mal sind sie wieder weg. Dann kommen sie wieder. Also auch hier bei den Niederschlägen dieses typische Auf und Ab. Mal sonnige Phasen, mal trockene Phasen, mal einzelne Schauer und Gewitter. Und scheint in diesem Jahr wirklich der typische mitteleuropäische Sommer erfasst zu haben. Ja, und ob diese Grafik am Ende richtig liegt, das müssen wir wirklich noch abwarten. Das hier ist die Niederschlagsprognose vom US-Wetterdienst NOAH für den gesamten Juli 2020. Ja, und diese Prognose geht von einem zu trockenen Juli bei uns in Deutschland aus. Mal gucken, ob die am Ende richtig liegen. Na ja, ich habe da so ein klein wenig meine Zweifel, denn sehr wahrscheinlich geht es im Juli wechselhaft weiter. Es gibt immer wieder mal Niederschläge. Das werden zwar nicht die großen Regenmengen in der Fläche sein, aber immer wieder kann es mal ein klein wenig nass werden. Und das ist ja auch gut so, denn einige von uns haben ja immer noch relativ wenig Regen abbekommen. Ja, und das war es vom Wetter.net Spezial am heutigen Montagabend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben dalassen und ansonsten auch bitte immer wieder gerne unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube abonnieren. Tschüss, kommt gut durch die Nacht und wir sehen und hören uns morgen früh wieder.